Alman einsteigen Das war's für heute. hey leute also wir sind immer noch in Tasmanien und ich fühle mich hier seit gefühlt zwei drei tagen irgendwie als ob ich wieder in italien wäre in der gebirgskette mit dem einzigen Unterschied dass es mir diesmal nicht schlecht geht aber seht euch mal die umgebung an es sieht auf jeden fall sehr sehr schön aus wo ich in italien war vor auch schon wieder zwei jahre her da war ja noch gebirgsketten so mit 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 schnee und allem und so und es war sehr sehr schön auf jeden fall memories du musst deinen fuß noch runter lassen bist du jetzt wach 1 2 3 4 Ecksteine ja lass uns jetzt bitte fahren du bist heute viel zu tollpatschig aber hier guck dir mal die kurven an hier sind keine schilder nichts also müssen wir schon aufpassen da hinten das scheint irgendwie ein wanderweg zu sein auf jeden fall sehr schön es geht noch stein nach oben wenn ich die straße da sehe wir werden sehen wo dieser weg hinführt ja spontane entscheidung fehlgeschlagen weil ich jetzt kein bock habe wie in italien damals irgendwie die ganze zeit einen berg hoch zu fahren schlängeln liegen und so was am ende kotze ich dann wieder hier sind jetzt wieder in dolomiten glaube ich und haben einfach mal einen kleinen zwischenstopp gemacht um einfach mal ein bisschen pause zum ganzen stress wir sind nämlich über nacht gefahren mir geht es eigentlich gar nicht gut mitleid bitte in die kommentare schreiben da war aber ein schild wo irgendwie elephant pass oder so was drauf stand mit 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 ein fotosymbol und deswegen wissen wir am ende verpassen wir irgendwas geiles aber naja fahren jetzt wieder zurück mal warten auf ein freund hier wackel, 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 wackel Fondser, wackel, 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 wackel... am besten, macht man auch das Video so in einer zehnfachen Geschwindel dich können abspielen x2, challenge accepted Du musst jetzt alles geben Das Abenteuer hat dich jetzt gefnect Das Abenteuer hat dich jetzt gefahren in diesem Spiel gewinnst du nur allein wo, wackel, 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 wackel Fondser, wackel, wackel, wackel Äh, what? Ja, es ist tatsächlich nicht wie in Fraser Island. Aber wir fahren trotzdem direkt am Strand lang. Auf einer Schnellstraße. Mit einem Trotzmotor. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020